Die DG IIN, Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, tut was für Sie hier. Die Intensivkurse im ersten Halbjahr 2018. Insgesamt drei Kurse, ein ICU-Beginnerkurs im Februar in Hamburg, einer im März in Aachen und einer im April in Köln. Der ICU-Beginnerkurs 2018 wird in Hamburg vom 19. bis zum 24. Februar 2018 unter Leitung von Prof. Kluge, Prof. Welter und Prof. Schönhofer durchgeführt. Herz-Kreislauf, Atmung, Infektionen, Gastroenterologie, Stoffwechsel und Grundprinzipien werden an diesen Tagen dargestellt. In Aachen findet der ICU-Beginnerkurs vom 12. bis zum 17. März 2018 unter Leitung von Privatdozent Koch, Prof. Jansens, Prof. Marx, Prof. Trautwein und Privatdozent Dr. Reit statt. Hier an den sechs Tagen inklusive Samstags verschiedenste Themen. An jedem Nachmittag werden Hands-on-Praktische Übungen in Aachen durchgeführt. Und der dritte Kurs findet dann im April vom 23. bis zum 27.04. in Köln statt unter Leitung von PD Dr. Böll, PD Dr. Koch-Hanek und Prof. Michels. Auch hier verschiedene Themen, zunächst Strukturen der Intensivmedizin und allgemeine Dinge, dann Beatmung, ARDS etc. Am Mittwoch am 25.04. praktische Workshops und weitere interessante Themen, dann Donnerstags und Freitags. Anmelden können Sie sich auf der Homepage der iKongresse www.eikongresse.de. Die DGN möchte Sie auf weitere Ihrer Aktivitäten aufmerksam machen. Zunächst besuchen Sie gerne die Homepage, dort finden Sie viele nützliche Informationen. Auf Facebook täglich werden sinnvolle und wichtige Beiträge gepostet. Und auf dem YouTube-Kanal der DGN können Sie sich mittlerweile weit über 600 Videos zum ganzen Themenkomplex der Intensivmedizin ansehen. Und auf dem YouTube-Kanal der DGN.